Lennon ist ein glückliches Kind. Aber vielleicht werden wir Kinder wie ihn in Zukunft nicht mehr so häufig sehen. Der Siebenjährige hat das Down-Syndrom. Für neun von zehn Frauen ist das Down-Syndrom ein Grund abzutreiben. Doch für die Eltern von Lennon kam das nicht in Frage. Es steht nicht zur Wahl, sein Kind umzubringen, weil es irgendwie anders ist. Jedes Kind ist anders, jedes Kind hat irgendwelche Probleme. Wo fängt man an, wo hört man auf? Also ich sehe da keinen Sinn drin, ehrlich gesagt. Und ich kann auch nicht entscheiden, dass jemand, der Down-Syndrom hat, nicht lebenswert ist. Die Reisters haben vom Down-Syndrom der Trisomie 21 durch einen ungenauen Zufallsbefund erfahren. Ihr Arzt konnte nicht verstehen, dass sie das Kind bedingungslos bekommen wollten. Er riet zur Abklärung durch eine Fruchtwasseruntersuchung. Wenn ich mir jetzt überlege, was wäre die Folge bei mir, wenn wir es gewusst hätten, dann hätten wir uns nicht anders verhalten, dann hätten wir ihn nicht abgetrieben. Und von daher haben wir einfach gesagt, wir machen keine Untersuchung, die irgendein Risiko hat. Bei einer Fruchtwasseruntersuchung verliert bis zu einem Prozent der Frauen ihr Kind. Seit etwa zwei Jahren gibt es jedoch eine neue Untersuchungsmethode. Einen einfachen Bluttest, der risikofrei ist und der zu 99 Prozent sicher feststellen kann, ob ein Baby Trisomie 21 hat. Der nicht-invasive Pränataltest ist ein Bluttest für Schwangere, der ab der achten Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann, meistens ab der zwölften. Der untersuchen kann, ob es Hinweise gibt für das Down-Syndrom. Die Kosten für den Test, rund 400 Euro, müssen die Eltern bislang selbst tragen. Aktuell wird darüber beraten, ob der Test künftig Kassenleistung wird. Doch vor dem Trisomie-Test sollte das Ungeborene im Ultraschall gründlich untersucht werden. Die Pränataldiagnostikerin Dr. Katrin Trautmann macht den Bluttest nur bei Auffälligkeiten. Das Interesse der Frauen ist sehr hoch an dem Test, weil sie doch verstanden haben, dass jede invasive Diagnostik, also eine Fruchtwasseruntersuchung, das Risiko einer Fehlgeburt beinhaltet. Und davor haben die Frauen natürlich große Angst. Wir machen momentan etwa fünf bis sechs Bluttests pro Woche. Interessant ist der Test vor allem für Risikoschwangere ab 35. Sie können das Vorliegen eines Down-Syndroms ausschließen, ohne die Risiken einer Fruchtwasseruntersuchung. Die Anzahl der Fruchtwasseruntersuchungen ist vor allen Dingen seit Einführung des Erstremesterscreenings in den letzten zehn Jahren frappierend zurückgegangen. Um mehr als zwei Drittel. Seit Einführung des Tests haben wir den Eindruck, sind die Zahlen noch mal etwas weiter gesunken. Bei positiven Tests ist die Fruchtwasseruntersuchung zusätzlich nötig. Trotzdem spricht der Test viele Frauen an. Den würde ich wahrscheinlich machen lassen. Die andere Untersuchung habe ich nicht machen lassen, weil mir das Risiko der Untersuchung zu hoch war. Also ich habe auch diese Nackenfalkenuntersuchungen gemacht, um sicher zu sein, dass da mit dem Kind alles in Ordnung ist. Also finde ich gut. Mein Mann war es wichtig. Ich bin 39, er ist 45. Statistiken steigen. Und unser war negativ. Und deswegen kann man dann positiv die letzten sieben Monate durch die Schwangerschaft gehen. Wenn es festgestellt wird, das Kind hat Daumen-Syndrom, was muss man da machen? Im Zweifel müssen die Eltern dann über Leben und Tod entscheiden. Der Test erkennt nur die Trisomie 21. Ein unauffälliges Ergebnis bedeutet also nicht, dass das Kind gesund ist. Andere Krankheiten lassen sich nur über die Fruchtwasseruntersuchung feststellen. Volker Liedge-Bösel von der Lebenshilfe Frankfurt sieht den Bluttest kritisch. Der Test vermittelt das Bild. Wenn ich diesen Test mache, kann ich Behinderung ausschließen und erfasst im Grunde genommen nur eine geringe Anzahl von Behinderungs- und Störungsbildern. Eine frühzeitige Beratung zu Möglichkeiten, Grenzen und Folgen der Untersuchungsmethoden während einer Schwangerschaft ist daher wichtig. Ärzte und Beratungsstellen wie Pro Familia oder die Lebenshilfe beraten werdende Eltern außerdem zu den Konsequenzen der Testergebnisse. Als Lebenshilfe haben wir grundsätzlich mit der Fragestellung ein Problem, wenn unsere Eltern angesprochen werden, warum haben sie überhaupt noch ein behindertes Kind bekommen, das wäre doch heute nicht mehr nötig gewesen. Und damit entsteht ein Eindruck, Behinderung wäre vermeidbar. Und damit kommen wir zu einer Klassifizierung von lebenswerten und unlebenswerten Leben. Für Julia Reister und ihren Mann ist klar, der Test darf keine Aussortierung von Menschen mit Down-Syndrom bedeuten. Die Gesellschaft muss für behinderte Menschen offen sein. Das finde ich einfach wichtig, dass wir versuchen, mit dem Lernen auch rauszugehen und ihn mit in die Stadt zu nehmen und ihn mit ins Schwimmbad zu nehmen. Und ihn mit überall einfach, wo wir sind, ist eher, dass die Menschen auch sehen, dass die da sind. Nähe? Wie? Eeeeee? Chhhh Eeee Eeeeee? E breathing